Willst du nichts essen? Ja, muss gegessen werden. Wieso? Ich hab mir nicht gesagt, da soll ein Leiche verbrennen. Der braucht es jetzt erst mal. Ich komm das oben in den Müll rein, ich mach das einfach mal aus, dann hab ich mir Platz. Ja, ok. Den muss ich jetzt umhauen, weil ich möchte da ja jagen. Oh nein. Hm, wir hatten ein Zement dabei, das ist ja schön. Der Troppensamen finde ich auch gut. Und Gemüse nehmen wir auch noch mit. Wasser. Nehmen wir alles. Hat kürzlich jemand getötet, dann werde ich die mal hier hin. Mal gucken da hin. Mal jetzt Respekt zu holen und ein bisschen... ...positiv schicken. Das muss repariert werden. Und nicht auf. Hm. Ne, die ganze Zeit nur am Leichen schleppen müssen die Arme, ne? Ne, bestimmt nur Rücken. Ein Hissenschlag. Oh. Und ziemlich schlafen. Danach kann es schlafen. Und der ist fertig. Und der schläft vorher. So, wir haben hier noch ein kleines bisschen Platz. Ne. Fühl mich den Baum. Eigentlich brauche ich, muss ich das Lager verstärken, muss ich vergrößern. Aber ich kann holen. Und meine Truppe, die gerade unterwegs ist. Und dann, wenn die war nur jagen, ne? Dann muss ich die gleich danach noch sammeln schicken. Damit die Holz mitbringt. Das ist schon immer noch Hunger, ne? Dann ischen wir hier mal... ...das hier. Und die wollen nicht gleich. Und danach... Vielleicht können wir hier einen Händler herholen. Der ja auch Holz hat. Ein bisschen was zum Tauchen habe ich auch, ne? Jetzt will ich mal wissen. Die Akkuschraube steht hier, okay. Hat vor allem wissen, ne? Ich hatte ja einen noch im Lager. Dann krieg ich den Verkauf. Und dann muss man sowas vielleicht auch aufheben für Fraktionen, die sowas haben wollen, weiß ich nicht. Oha. Ne, dann geht das mal hier reparieren. Joa, war ja eine reiche Ausbold. Okay. Dann gehen wir hier noch sammeln. Ist nicht der beste Platz zum Sammeln. Jetzt muss ich hier wieder jemanden töten. Aber ich hatte ja noch nützliche Gegenstände dabei. Dann war mal schnell tot. Ach, die Tür muss ich auch noch wieder reinbauen. Das macht alles die Marie. Die kann was. Kein hieß Schlag mehr. Auch nie. Kein Strom. Kein Strom. Praxum hundert Prozent. Da kann man auch hier eigentlich dranhören. Nö, kumma nicht. Wahrscheinlich war ich kein Strom draus. zehn holz und kann ich denn den generator nicht aufwählen das wäre doch so wie bisher und für eine lagerkiste wollen wir ja auch wieder mal für eine kleine ja ich will mal große ich will doch einfach nur sammeln es sieht aus wie ein schlauch und nein kein leder was mache ich denn mit dem stroh ist denn oben hier gebaut aber der bringt nicht viel ja 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 nöp ich finde auch nicht eine weitere windmühle zu bauen wenn ihr kein wind ist ne wir könnten ein rad bauen da kann man selber rein schmeißen trennen das wäre doch mal was noch keine holz das ist nicht schön ne ok wir gehen hier vorne nochmal holz so und da so händler bitte kommen wir morgen holz und sie hier keine ahnung siehst du bei den attributen aus das war vielleicht wahrnehmen ein händler ist doch holz ich nehme ich auch eine eisenspiene zement sieh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020